Hey Leute! Heute mit nem neuen Gastbeitrag. Titel habt ihr schon gelesen? Dann können wir ja direkt rein. Kleiner Spoiler direkt zu Beginn. Schon immer war ich für meine blühende Fantasie bekannt. Alle erwarteten während meiner Kindheit schon, dass ich mal Schriftsteller werde. Wem das hierzu abgedreht ist? In Ordnung, für mich ist das okay. Doch vielleicht hilft es dem ein oder anderen, der gerade versucht seinen Weg zu finden und dem absoluten Chaos steckt. Ich weiß, dass einige von euch Florians Beiträge abends hören, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht wird das ja einer davon. Dieser Beitrag richtet sich jedenfalls an euch, wenn ihr frisch getrennt seid oder eure Trennung noch nicht zu lange her ist. Vor kurzem hatte ich ein unschönes Erlebnis, das zwar dem Schmerz einer Trennung nicht dem Ansatz nachkommt, doch das mich zu diesem Beitrag inspirierte. Auf geht's. Lass mich zunächst eine Geschichte erzählen. Vorweg, ich ziele nicht auf Mitleid ab oder irgendwas. Er soll einfach potenziell gute Inspirationen bieten, so ihr denn mögt. Vor kurzem war ich mit dem Auto unterwegs und geriet dabei in eine Vollsperrung auf der Autobahn. Es würde sich für mich später herausstellen, dass es etwas früher am Abend zu einer Massenkarambolage kam. Dabei rauschten nicht weniger als 15 bis 20 Autos ineinander. Gestorben ist Gott sei Dank niemand, doch kam es zu 10 Verletzten an jenem Herbstabend. Ich steckte also fest. Es gab kein Vor und kein Zurück mehr. Ich verfolgte, zumindest so weit das Handynetz nicht immer wieder zusammenbrach, regelmäßig die Meldungen des ADAC und zunächst hieß es, die Autobahn würde gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden. 21 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr. Ursprünglich wollte ich bloß 20 Minuten Fahrt zum Training zurücklegen und startete gegen 18 Uhr 30. Wieder zu Hause war ich gegen 2 Uhr 15. Dazwischen lagen nicht weniger als 7 Stunden Stau. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich viel Zeit zum Nachdenken hatte. Gelegentlich verließ ich das Auto, in Rettungsweste versteht sich. Überwiegend beschäftigte ich mich damit, in aller Ruhe Kontaktpflege zu betreiben. Nämlich insofern, dass ich meine WhatsApp-Liste rauf und runter kontaktierte und mal wirklich die Ruhe hatte, so einige Nachrichten zu beantworten. Ich war sehr dankbar für meinen vollen Tank, der es mir ermöglichte, immer mal wieder die Heizung anzuwerfen. In meiner Sporttasche fand ich glücklicherweise etwas Traubenzucker und gegen Mitternacht einen Müsli-Riegel. Freunde, das war wie Weihnachten, glaubt mir. Ich war sehr dankbar, dass ich mich nicht schon zu Hause umgezogen hatte und so wenigstens nicht nur, wie normalerweise, in leichten Sportklamotten im Auto saß. In meinem Handschuhfach lag noch eine Dose Red Bull, die ich dann gegen 22 Uhr genießen durfte. Ist natürlich die perfekte Zeit für eine ordentliche Koffeinladung, doch sei's drum. Mit der Zeit, dennoch ziemlich dehydriert, bekam ich irgendwann ganz schön Kopfschmerzen. Dankbarerweise war das Wetter sehr gnädig. Es regnete zur Abwechslung nicht und es waren immerhin 11 Grad. Irgendwann kam ich auf den Gedanken, mein Handtuch aus der Sporttasche als Decke zweckzuentfremden und hielt mich damit einigermaßen warm. So viel erstmal dazu, doch zum Schluss noch der eigentliche Hammer. Ich habe mir das Ganze selbst eingebrockt, zumindest mal zu einem Teil. Das Navi ermahnte mich, eigentlich frühzeitig, gar nicht erst auf die Autobahn zu fahren, sondern stattdessen auf die Bundesstraße auszuweichen. Ich schaute kurz auf die Schilder, ob zum Beispiel die Auffahrt meiner Heimatstadt gesperrt wurde, doch war hier nichts zu erkennen. Also ließ ich es drauf ankommen. Zu Hause wartete nebenbei bemerkt eine riesige Portion Spaghetti Bolognese auf mich, ließ mich meine liebe Nachbarin wissen, die dankenswerterweise gleich etwas für mich mitgekocht hatte. Ich schreibe das hier jetzt gerade für euch, damit ihr der misslichen Lage zumindest ein bisschen was Positives abgewinnen könnt. Und da ich auch Florian dankbar für seine zwischenzeitliche Nachricht war, reift hier gerade dieser Beitrag für seinen Kanal, aus dem ihr vielleicht wie immer ein bisschen was für euch herausziehen könnt. Festsitzend im Auto stellte ich fest, dass sich hier gerade mit ein wenig Fantasie so einige Parallelen zu einem Trennungsszenario finden. Ihr wisst inzwischen möglicherweise, dass ich ein gewisses Faible für Aufzählungen habe. Daher 1. Thema Schuld an der Ausgangssituation und die Wichtigkeit von Vergebung. 2. Umgang damit, wenn man gerade nicht das bekommt, was man will. 3. Die Macht von Dankbarkeit, gerade wenn sich das Leben gerade hart anfühlt. 4. Die Macht stärker Netzwerke und positive Einflussnahme durch diese. 5. Dein Ziel sollte es sein, dass du trotz Netzwerk gut alleine zurechtkommst. 6. Die Wunderwaffe, unerschütterliches Mindset und Stoizismus im Alltag. 7. Problemlösungskompetenz oder auch notmachterfinderisch. 8. Bau keinen blöden Scheiß. 9. Frame. Achte darauf, wofür du dich entscheidest bzw. worauf du dich einlässt. 10. Lerne aus deinen Fehlern und blicke im Frieden mit dir selbst nach vorn. 11. Nichtverfügbarkeit von etwas kann dich irre machen. 12. Sicherheit und Orientierung der Herde am Alpha in Anführungsstrichen. 13. Selbstfürsorge, dein mentaler Ursprungspunkt, Fokus auf dich. 14. Du bist stärker als du denkst und Vorsicht vor deinen Gedanken. 15. Belohnungsaufschub, Verbindlichkeit bzw. halte dein Wort. 16. Organisatorisches, regelst du am besten sofort, später kann es echt ätzend sein. So viel mal dazu. Bin beim Schreiben gerade selbst überrascht, wie viel sich aus so einer Situation doch herausziehen lässt. Also Florian, hast du Bock? Kaffee und Energy am Start? Ne, hol ich mir jetzt. Bis gleich. So, wieder da. Klasse. Okay, dann los. Zunächst einmal ist es mir, oder genauer gesagt meinem Ego, wirklich schwergefallen, mir einzugestehen, dass ich es selbst verbockt habe. Die Chance wäre da gewesen, gar nicht erst auf die Autobahn zu fahren. Doch habe ich mich praktisch sehenden Auges dahin manövriert. Es drängten sich mir immer wieder Gedanken auf, warum die Polizei nicht prompt die Autobahnauffahrt gesperrt hat, wenn es dann auch nicht weitergeht. Warum gab es keine Leuchtanzeige, die davor gewarnt hat und und und. Doch, und hier kommt die Parallele zur Trennung, steckst du in der Situation, ist das erstmal völlig unerheblich. Es ist wirklich scheißegal. Du kannst später immer noch reflektieren, wie es dazu kam und deine Schlüsse daraus ziehen. Doch erst einmal ändert sich rein gar nichts an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Oder in meinem Fall sitzt. Und damit kommen wir auch schon zur Vergebung. Ich musste mich im Laufe der Zeit dazu bringen, a die Situation zu akzeptieren. Ich kann ja nicht einfach leugnen, dass ich festsitze, auch wenn es mir nicht gefällt. Und b mir selbst zu verzeihen, dass ich einfach irgendwie im wahrsten Sinne falsch abgebogen bin. Natürlich hätte ich mich da selbst in der Luft zerreißen können, doch was hätte es genützt? Ich habe als der Mensch entschieden, der ich zum Zeitpunkt meiner Entscheidung war. Du bekommst manchmal nicht, was du willst und musst dich damit abfinden. Gerade eine Beziehung ist ein wechselseitiges Thema und jede Partei hat die Chance, das Ding aufzukündigen, wann sie möchte. Dasselbe gilt zum Beispiel auch bei einem Arbeitsvertrag. Es ist ein freiwillig geschlossener Vertrag. Dein Chef muss dich nicht beschäftigen und du kannst jederzeit gehen. Zumindest mal in der Theorie. Um nicht die Nerven zu verlieren, habe ich entschieden, mit Dankbarkeit gegenzusteuern, wie eingangs schon erwähnt. Ich war dankbar dafür, dass mir selbst nichts passierte. Dass es trocken blieb. Dass es keine Temperaturen um den Gefrierpunkt oder gar darunter gab. Dass ich nachts zumindest keinen Sonnenbrand bekommen konnte. Du Sack. Das ist mir auf dem Weg, äh, aus dem Urlaub passiert. Auch in so nem Stau. Den ganzen Urlaub lief's gut und dann auf einmal auf der Rückfahrt krieg ich nen scheiß Sonnenbrand. Egal, weiter. Dankbar für den vollen Tank, der mir immer wieder meine Heizung ermöglichte. Dankbar für die vielen kleineren und größeren Dinge, die mir in dem Moment echt weitergeholfen haben, da jetzt gut durchzukommen. Parallele zur Trennung? Es fühlt sich alles mies an. Ich weiß das selbst nur allzu gut. Doch kann euch der Fokus auf das, was euch erhalten geblieben ist, wieder aufbauen? Es ist nicht alles schlecht. Ihr habt beispielsweise Zeit gewonnen. Zeit mit euch allein, die ihr zwar erst einmal eigentlich nicht haben wollt, doch werdet ihr sie ganz bestimmt sehr schnell, sehr gut zu nutzen wissen. Ganz sicher. Die Macht eures sozialen Kreises. Wie schon angesprochen, habe ich länger unbeantwortete Nachrichten endlich beantworten können und immer wieder abwechselnd gleich mehrere Chats zum Glühen gebracht. So viele Freunde, Bekannte, Kollegen hielten mich bei Laune. Unter all den Menschen übrigens auch Florian und Melanie. Von unschätzbarem Wert war auch, dass ich zuvor schon zahlreiche Aktivitäten, Ausflüge, Erlebnisse einfach ganz allein mit mir gestartet habe. Und das Alleinsein damit langsam aber sicher zu schätzen und lieben gelernt habe. Könnt ihr das nicht oder könnt es euch nicht vorstellen oder nicht mehr vorstellen? Übrigens auch an die Zuschauer, die sich in einer Beziehung befinden. Seht zu, dass ihr das auf die Kette bekommt. Die Beziehung zu euch selbst ist die wichtigste und ganz nebenbei auch die längste, die ihr in eurem gesamten Leben je eingegangen seid oder eingehen werdet. Vorhin sprach ich von der Akzeptanz der unschönen Situation. An der Stelle könnt ihr euch ordentlich Wissen in puncto Stoizismus draufschaffen. Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Heißt nicht, dass es gut ist. Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Stoische Tugenden sind unter anderem Mut, Disziplin, Mäßigung, Gerechtigkeit. Ein Stoiker zeichnet sich dadurch aus, in sich zu ruhen und nicht in die Luft zu gehen, wenn es doch eh nichts nützt. Sowohl dir selbst als auch dem Gemeinwohl. Ähnlich ging es mir. Ich gebe zu, nach circa sechs Stunden, als irgendwann auch fieser Hunger und Müdigkeit dazu kamen, fiel es mir nicht mehr ganz so leicht, die Ruhe zu bewahren. Nichtsdestotrotz erhielt ich viele bestätigende Nachrichten aller, das ist unglaublich, dass du noch immer so gute Laune haben kannst. Ich wäre schon längst durchgedreht. Hab dich selbst im Griff, bleibe zuversichtlich und optimistisch, egal was das Leben für dich bereithält. Das ist schwer, aber erlernbar. Gelungene emotionale Kontrolle ist unfassbar viel wert. Zumal es deine naturgegebene Aufgabe als Mann ist, zu beschützen und ein Fels in der Brandung zu sein. Ich habe mich selbst damit überrascht, wie schnell die Problemlösungskompetenz eines Menschen während einer Notlage anspringt. Zum Beispiel, dass ich irgendwann auf die Idee kam, mein Handtuch als Decke zu verwenden. Immer wieder geschaut habe, wie ich das Beste aus dem Überschaubaren mache, was ich gerade am Mann hatte. Not macht bekanntlich erfinderisch und es ist schon faszinierend, was dabei zustande kommt. Du wirst in deiner unschönen Situation zurechtkommen und deshalb allein sicher nicht vor die Hunde gehen, auch wenn es sich vielleicht gerade so anfühlen mag. Nichtsdestotrotz, bau keinen blöden Scheiß. Im Sinne der Trennung, heul ihr nicht die Mailbox vor, verfass keine handgeschriebenen Briefe, lauf ihr nicht hinterher, schlaf nicht vor ihrer Tür und schicke auch keine Blumen. In meinem Fall, baller nicht einfach stumpf durch die Rettungsgasse, um schnell vorwärts zu kommen. Verlier nicht die Nerven. Ihr könnt mir glauben, auch hier wird der Verstand sehr schnell extrem kreativ, wenn es darum geht, vermeintliche Auswege oder Abkürzungen zurück zum eigenen Glück zu finden. Doch vieles ist schlicht und ergreifend die Illusion der Aktion. Du willst etwas tun, das ist normal. Doch bau keinen blöden Scheiß, den du vielleicht in sieben Tagen oder drei Monaten ganz anders bewerten würdest. Noch mal daran erinnert, ich hätte mir das alles von vornherein ersparen können. Dir in deiner Trennung geht es im Rückblick möglicherweise ähnlich. Wie sagte Florian im Video Red Flags und Dating? Gab es vielleicht von vornherein irgendetwas, das du übersehen hast, das du vielleicht auch einfach nicht sehen wolltest? Stichwort Frame im Sinne von festes Regel- und Wertesystem. Bau dir den zu Hause in aller Ruhe auf und überlege, wie du dich in verschiedenen Szenarien entscheiden würdest und damit zukünftig entscheiden wirst. Klar, du kannst nicht alles von vornherein erfassen, doch dein Kopf ist zum Denken und Planen da. In meinem Szenario? Ich hatte für die Entscheidung Autobahn oder Bundesstraße nur ca. 30 Sekunden Zeit. Macht das also vorab in aller Ruhe. Was wäre wenn? Bringt euch in die bestmögliche aller Ausgangslagen. Für mich habe ich die Lektion mitgenommen, mal zu prüfen, was ich alles im Auto zukünftig an Bord haben will, falls mir nochmal so ein Scheiß passiert. Ist jetzt alles so und nicht mehr zu ändern. Doch damit schon zum nächsten Punkt. Lerne aus deinen Fehlern. Reflektiere den ganzen Mist, den du durchlebt hast und schau, was du für dich in Zukunft daraus lernst. Frei nach Einstein, Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu machen und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Schau, was du dir zukünftig ersparen kannst und willst. Kommen wir zur Nichtverfügbarkeit. Du hast gerade etwas nicht, das du aber haben willst. In meiner Situation wollte ich unbedingt etwas essen, etwas trinken, eine Zigarette, schlafen. Was gerade nicht verfügbar ist, das könnte bei euch im Moment die Ex sein, steigt unermesslich im Wert und das teilweise sogar ganz massiv verzerrt und unangemessen. Haltet mit eurem Verstand und ganz viel Ehrlichkeit dagegen, auch wenn es schmerzt. Im Mangel Hunger erschien mir, wie oben schon erwähnt, ein einfacher Müsli-Riegel wie die Bescherung an Heiligabend als Kind. Hier der Videotipp, wieso wir immer das wollen, was wir nicht haben können. Jetzt ein recht witziger Punkt. Als ich außerhalb des Autos unterwegs war, wurde ich permanent von anderen angesprochen. Entschuldigen Sie, können Sie schon absehen, wann es weitergeht? Was zur Hölle? fragte ich mich, nachdem ich das irgendwann mehrfach gefragt wurde. Wenn ich sprach, wurde mir sehr aufmerksam zugehört und man unterstellte mir offenbar große Kompetenz. Dann wiederum ist mir klar geworden, dass ich offensichtlich, wie jemand Kompetentes aussah, der Rede und Antwort stehen konnte. Zurückzuführen möglicherweise bloß auf meine Rettungsweste in Kombination mit meinem Optimismus und meiner ausgestrahlten Ruhe. Okay, alles nur Vermutungen. Und doch? Mir ging durch den Kopf, dass Menschen Orientierung suchen. Einen Anker, einen Fels in der Brandung. Ich denke, das könnte für euch ein Punkt sein, den ihr in Angriff nehmen könntet. Macht euch Gedanken darüber, wer ihr heute seid, wie ihr heute seid, wie das Bild von dem Mann aussieht, der ihr in Zukunft gerne sein wollt und wie die Schritte dorthin beispielsweise aussehen könnten. Thema Selbstfürsorge, seid gut zu euch. Vor allem, wenn ihr in Ausnahmen oder Notsituationen seid. Ihr selbst müsst funktionieren, bevor ihr euch vernünftig um andere Menschen kümmern könnt. Ihr erinnert euch bestimmt an das Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ist ja inzwischen beinahe etwas abgedroschen. Doch im Kern geht es darum, dass ihr euch zunächst selbst versorgen müsst. Ich habe mich zunächst bestmöglich um meine Gesundheit und mein leibliches Wohl gekümmert, Stichwort Rettungsweste, Müsli, Riegel, Red Bull etc. Um anschließend ebenso nach anderen die Augen offen halten zu können. Vernünftig die Augen offen halten zu können. Wie in eurer Kontaktsperre, in der ihr euch gerade möglicherweise befindet. Fokus auf euch. Eure Entwicklung. Ihr zieht das gerade nicht für irgendjemanden durch, sondern aus reinem Selbstschutz, um euch wieder aufzubauen. Daher ist es ja auch kein strategisches Tool zum Thema Ex zurück, wie Kritiker gerne einwerfen. Ich habe mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, dass mich das alles nicht umbringen wird. Dass ich sehr stark bin. Wie schon angesprochen, kamen mir durchaus selbstkritische Gedanken. Warum bist du Vollhorst überhaupt auf die Autobahn gefahren? Doch habe ich es erst einmal angenommen, dass sie kamen und sie anschließend im Frieden mit mir selbst als unnütz abgetan. Der Kopf kann sehr kreativ werden, was Selbstkritik betrifft. Doch habe ich versucht, mich davon nicht übermannen zu lassen. Wird euch in der Trennung ähnlich gehen. Es war alles meine Schuld. Ich habe es verbockt. So eine tolle Frau finde ich nie wieder und so weiter. Passt auf eure Gedanken auf, denn sie werden irgendwann eure Realität, eure Glaubenssätze. Hier der Videotipp. Glaubenssätze. Belohnungsaufschub. Wie schon angesprochen, hatte ich irgendwann wirklich fiesen Kohldampf. Und erinnerte dann auch noch, dass ich am frühen Morgen zu allem Überfluss direkt einen Termin zur Blutabnahme hatte, zu dem ich nüchtern erscheinen musste. Will sagen, zu Hause angekommen um halb drei wäre es nicht mehr sinnvoll gewesen, direkt etwas zu essen. Einige sagten zu mir, och ich hätte den Arzttermin einfach stumpf abgesagt. Ich nicht. War mir wichtig und in dem Moment auch wichtiger als kurzfristige Belohnung, also mich direkt vollzustopfen, sobald ich zu Hause bin. Thema Verbindlichkeit. Gebt ihr euer Wort, haltet euch daran. Springe ich kurz rein? Auch euch selbst gegenüber. Wichtig. Ich machte mir also zunutze, dass ich mittlerweile ohnehin total übermüdet war und schnell einschlafen würde. Sprang morgens aus dem Bett, trank ein Glas Wasser und machte mich auf direktem Weg zum Dock. Sensationell gut war der erste Schluck heißer Kaffee, als ich endlich wieder so richtig zu Hause war, das könnt ihr mir glauben. An dem Punkt war ich mächtig stolz auf mich, das alles so gut weggesteckt zu haben. Im Rückblick habe ich mich immer wieder gefragt, wofür das gut war oder gut gewesen sein könnte. Und dieser Beitrag soll ein Teil davon sein, weshalb ich gerade einige Stunden und Top investiere, um diesen zu erstellen. Also hoffe ich, ihr hattet etwas Freude am Zuhören und es bringt euch weiter. Und eins noch zum Schluss. Ihr erinnert euch an die Pasta von meiner Nachbarin, auf die ich mich so gefreut hatte? Die durfte ich, zu Hause angekommen, erst einmal wegräumen und kaltstellen, ohne sofort etwas davon zu haben. So gern ich auch wollte, doch wie gesagt, nüchtern zum Arzt. Hier habe ich noch die letzte Parallele für euch, die mir dazu eingefallen ist. Regelt euren organisatorischen Scheiß am besten so schnell es geht. Es kann echter Mist sein, müsst ihr da nach Wochen oder Monaten nochmal ran und es löst dann ordentlich was in euch aus. Schreibt gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und antworte natürlich auch, wenn ich es sehe. Danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Video. Danke dir, Jan.